Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil. Vielen Dank, dass du den zweiten Teil dir auch anschauen möchtest. Das heißt doch, dass der erste Teil auch bei dir vielleicht irgendetwas im Gehirn verursacht hat. Ich hoffe, dass du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Also mir geht es nicht darum, einen Mann jetzt hier schlecht zu machen. Absolut gar nicht. Es geht primär darum, wie wir als Frauen irgendwie aus dieser Spirale Hausfrau, Mama, wir machen alles und so weiter herauskommen und für uns, für die Zukunft etwas absichern können. Sorry. Ich möchte euch mal was zeigen und zwar habe ich mal gegoogelt, was denn eigentlich eine Mama wert ist. Und es ist wirklich erstaunlich, es hat tatsächlich jemand auch ausgerechnet. Also bin ich nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist, so ungefähr. Ich möchte es euch nur mal kurz zeigen. Und zwar, was ist da das Monatsgehalt einer Hausfrau und da kommt dieser Betrag hier raus. 5.700 Euro. Das ist natürlich eine saubere Summe. Das wäre ja genauso, wie wenn du jetzt deinen Job zu Hause tust, als Mama, Hausfrau und bekommst dafür jeden Monat 5.700 Euro brutto. Was bekommst du denn im Moment tatsächlich? Außer der Liebe und die Zuneigung deiner Kinder oder deines Ehemannes vielleicht. Ich frage dich, was bekommst du finanziell tatsächlich? Eigentlich 0. Und das ist doch eigentlich wirklich, wirklich traurig. Das Problem wird sein, wenn wir älter sind. Was passiert dann mit dir? Ich hoffe sehr, dass dir dieser zweite Teil ein bisschen weiter die Augen geöffnet hat und ich freue mich, wenn es dem so ist und dir den dritten Teil, der morgen rauskommen wird, auch noch anschaust. Und so werden wir uns peu a peu weiter nach oben steigern und auch da werden wir eine Lösung versuchen zu finden. Zumindest auch für mich. Also es ist nicht so, dass ich euch jetzt hier irgendwas verkaufen möchte. Ich bin ja selbst auch in dieser Situation, in dieser Spirale drin, wo ich jetzt selbst schauen muss, wie ich jetzt herauskomme. Und ich bin mir sicher, ich werde das schaffen und nehme euch auf diesem Weg mit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!